El parque temático es grandísimo. Hay una noria. Y allí también está la montaña rusa El Rayo. Hay, ser, estar. Heute geht's um diese drei Verben, die alle eine ähnliche Bedeutung haben, aber doch unterschiedlich verwendet werden. Und wie man sie genau unterscheidet, erfahrt ihr gleich. Schauen wir uns erstmal Ay an. Das ist die dritte Person Singular des Verbs Aber und bedeutet so viel wie es gibt. Man benutzt es, wenn man ausdrücken will, dass etwas Unbestimmtes vorhanden ist. Auf Ay folgt dann immer ein Substantiv mit unbestimmten Artikel oder ein unzählbares Substantiv ohne Artikel. Ein Substantiv im Plural ohne Artikel, eine Zahl oder ein unbestimmtes Führwort. Jan hat Lust auf was Süßes. En el parque temático hay una churería. Allí también hay helado. Hay churros originales y churros de patata. Hay cinco o diez churros en una bolsa. Hay varios tipos de chocolate. Dann kommen wir nun zum Verb estar. Estar bedeutet sein oder sich befinden und das kann in jeder Person stehen. So konjugieren wir es. Estoy, estás, está. Estamos, estáis, están. Ihr braucht estar bei der Beschreibung von Ortsangaben, veränderlichen Eigenschaften oder Zuständen, Preisen und Familienständen. Jan und Anna wollen Achterbahn fahren. Están, están en la montaña rusa. De momento, los dos están felices. La foto está a quince euros. Los dos que venden las fotos están casados. Dann fehlt jetzt nur noch das ser. Ser bedeutet einfach nur sein und kann auch in jeder Zeitform stehen. Wir konjugieren es so. Und brauchen es bei der Beschreibung von Herkunft und Beruf, unveränderlichen Eigenschaften sowie Uhrzeit und Datum. Außerdem können wir ser benutzen, um zu sagen, wo und wann etwas stattfindet. Schauen wir uns mal an, wo Jan überhaupt ist. El parque temático es andaluz. Su superficie es grandísima. Und gleich geht's für Anna und Jan noch zu einer Show. Son las siete. El show es a las siete y cuarto. Jetzt habt ihr schon die drei Verben kennengelernt. Dann schauen wir uns noch schnell an, wie man sie unterscheiden kann und auf was wir achten müssen. Die Verwechslungsgefahr ist vor allem bei Ai und Estar sowie bei Ser und Estar sehr hoch. Bei Ai und Estar liegt der Unterschied darin, dass Ai das Vorhandensein einer unbestimmten Sache beschreibt, während sich Estar auf etwas ganz Bestimmtes bezieht. Das erkennt man dann daran, dass bei Ai ein unbestimmter Artikel mit dem Objekt zusammensteht. Ai una Noria zeigt also, dass es irgendein Riesenrad gibt und damit ist kein Bestimmtes gemeint. Bei Estar wird dann aber eine bestimmte Sache oder Person genannt. Und das tritt deshalb häufig mit einem bestimmten Artikel und einem Eigennamen auf, wie bei Allí está la montaña russa el rayo. Wenn wir Ser und Estar unterscheiden wollen, müssen wir uns Folgendes merken. Ser benutzt man für feste Eigenschaften und Estar für veränderliche. Es heißt also, Jan es intelligente, weil Jan intelligent geboren ist und es eine feste Eigenschaft von ihm ist. Und dann heißt es aber, Jan está alegre, weil er gerade jetzt in dem Moment froh ist. Das ist also ein Zustand, der sich aber schnell verändern kann, wenn er zum Beispiel mit der Achterbahn fährt und aufgeregt ist. Außerdem brauchen wir Ser, um zu sagen, wo und wann etwas stattfindet und Estar für Ortsangaben. Wir sagen also, el show es en el teatro, was hier bedeutet, dass die Show im Theater stattfindet. Auf der anderen Seite sagen wir, los artistas están en el escenario und meinen damit, dass sie sich auf der Bühne befinden. Todavía estáis bien? Dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Die Verben I, Ser und Estar können schnell mal verwechselt werden, weil sie alle mit sein übersetzt werden können. Sie werden aber unterschiedlich verwendet. I brauchen wir, wenn wir sagen wollen, dass etwas Unbestimmtes vorhanden ist. Mit Estar können wir Ortsangaben, veränderliche Eigenschaften, Preise und Familienständen beschreiben. Und zuletzt brauchen wir Ser bei der Beschreibung von Herkunft und Beruf, unveränderlichen Eigenschaften sowie Uhrzeit und Datum. Außerdem können wir Ser benutzen, um zu sagen, wo und wann etwas stattfindet. Das ist schon alles. Lernst du gern mit Karteikarten? Dann geht es jetzt noch viel einfacher. In der SimpleClub-App kannst du dir deine eigenen Karteikarten erstellen. Egal, ob du zu Hause oder im Bus bist. Du hast alles direkt in deiner Hosentasche und kannst üben, wann immer du willst. Ganz ohne Schulbuch. Also, klicke jetzt auf den Link und hole dir die App. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.